Mein Name ist Pascal Ecker und ich habe den Master im Product Management an der STF abgeschlossen. Als Buyer im Manor bin ich zuständig für mehr als 30 internationale Marken. Ich habe die Möglichkeit, sehr, sehr nahe mit dem Produkt zu arbeiten, darf sehr viel reisen und bin natürlich sehr stolz, am Schluss meine Produkte im Laden zu sehen. Ich konnte an der STF vom Textilfachwissen von den Dozenten profitieren und habe inzwischen auch intern die Möglichkeit, mich zu höheren Kaderpositionen weiterzubilden. Ein Auge dafür hatte ich, glaube ich, schon immer. Wie ich meine Vorstellung aber richtig umsetzen kann, das hat mir die STF mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.